Was ist das jetzt schon wieder? Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze wieder hier und weiter geht's mit Setup. Gucken wir auch gleich wieder direkt in die Booms. Das war ganz gut, vorhin jedenfalls. Leider habe ich von vier PMCs nur zwei Meter Schrotflinde erschossen, weil ich den Blödmann wieder irgendwie fälschlicherweise angenommen habe, dass es Reshala und seine Guards sind. Keine Ahnung, ich krieg das mit dem Boss irgendwie nicht auf die Reihe, ich weiß es nicht. Da hat auch einer wieder so komisch gequatscht und ich dachte, ja, Bossgequatsch oder so. Nicht ihr Icy Bandits oder sowas oder Scaff Spotted. Das war ganz anderes Gelagern. Und ich dachte, das kann doch nur Boss- und Gartgelaber sein. Achso, wir müssen erstmal, fällt mir ein, wir müssen erstmal was schnappulieren. Ich bin ja mit 73 Kilo rausgerannt und total ausgehornet. So, wieso habe ich das Sal- wieso habe ich das Sal- Leber eigentlich mit reingehören? Ja, ja, jetzt ist es... Oh, Mann. So, hier so ein Wischi-Waschi-Blick. Ey, weiße... Ich hab mich mal mit Mayonnaise runter... ...dehydriert, sozusagen. Für die Quest von... ...Jäger aus, das glaub ich. Da hab ich die meiner Mayonnaise gefressen... ...und denke mir, Alter, wird das mal hier was und so? Da hat das... ...glaub ich... ...sagen wir mal 15 Sekunden gedauert... ...oder 20 Sekunden, ganz komisch. Bis ich hier... ...verschwommene Sicht hatte. Und hier kaum... ...äne Sekunde, weißt du, das ist so dumm. Vielleicht kriegen wir hier was zu tun. Schrotflinder. ...Hubsach, alles steht da rum. ...Insträckchen. whether... ...wink... ...weißt du. Millions ...wink... ...wink... jetzt hier noch eine tür aufgelatscht oder drüben da ist keiner da rückt jemand davon aus dass das käpfchen eine tür aufgetreten haben ich habe noch nie gesehen dass er doch gesehen dass ein lusek eine tür aufdrückt aber auch ein pms Das war's. Jetzt ist er da drüben. Das war's. 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 Ist das einer, dass ich das gekocht habe? Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann! Das sind doch bloß Kefs-Arschlöcher hier. Aber wieso? Ich will die Zeit einladen, wieso? Ich bin gleich, Scheiße! Ich habe die Faxen dicke mit euch. Diesmal war es Räschala. Okay, jetzt weiß ich ungefähr, wie Räschala kragt. Das muss ich mir merken. Ein Guard, Räschala. Noch ein Guard. Dann waren da unten bestimmt noch zwei Guards. Komisch. Gibt Gas. Wieso hatten sie eigentlich immer noch was? Alter Schwede. Oh, die kommen und wollen schon wieder plündern. Diese Arschlöcher. Wir hatten jetzt hier unsere Quark. BD-Munition, sehr schön. BD-Munition. 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 Das war's für heute. So, meinen Arm muss ich mir auch noch pflücken. So, meinen Arm muss ich mir auch noch pflücken. So, meinen Arm muss ich mir auch noch pflücken. So, meinen Arm muss ich mir auch noch pflücken. So, meine Arm muss ich mir auch noch pflücken. Ist auch ein Gart. Und da saß da hinten auch noch ein Gart. Alter, das sind die Verkackeiern. Eben noch gut gelaunt. So, der hat auch noch hier fast mein Setup. Warte mal, genau so machen wir das. Okay, ich muss aufpassen, dass ich mich hier jetzt schon wieder überlade. Oh, Garashi. Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Vielleicht ist es sein Kumpel, der heißt Garashi oder so. Der war auch dumm. Und da wollte er sich einfach zu seinem Kumpel gesellen. Na dann, hinaus mit uns. Lassen wir den Knie. Da hat's ein schönes Liedchen angestimmt. Na ja, geholt eine Pistole wieder mal und gute Munition. Diesmal habe ich mir da schon geschlossen. Diesmal war es aber keine PMCs. Diesmal war es wieder... Rechala, Mann! Rechala, Mann! Komm, ist das Boot da? Schmackler! Schmackler! Ja! Geil, wenigstens was! Zehntausend, Alter! Das... Ja, das lass ich mir gefallen.